Oh man, das Finale, Lee hat sich durchgeboxt, er hat sich durchgemessert, jetzt ist es nur noch ein Ziel, Clementine heil rauszubringen, sie zu retten. Okay, das wird wohl die Tür sein, lausch erstmal, okay, da werden Geräusche, okay, ich habe Geräusche gehört. Das sieht nach einer Falle aus, an der Tür ist ein Faden, verbunden mit der Schranktür, wer bist du? Okay, ich weiß wenigstens, dass du da bist am Walkie Talkie war. Okay, this is Sybil, you look horrible. Ich weiß, danke. Go over there. Put your things down. Let me out! Who's out there? Oh, Lee Clementine. Ich bin da. Quiet please, sweetie. Your things, there. Just be cool, you are not so cool. Good, go sit down. Für Clementine mache ich keine Faxen. Do you know who I am? Bist du ihr Vater? Nein. Ich weiß es nicht, ich glaube es nur. Nein. Ich weiß nichts über dich. Du wirst nicht. Menschen wie du nicht. Huh? Jetzt denkst du, wer wäre es für mich? Wer hätte es für mich? Ein paar Wochen zurück, da könnte ein Station Wagen sein sein, in der Küche, voll von all sorts of food, water, Dinge, die du brauchst, um zu überleben. Ja, ich bin kein Cannibal, Lee. Ein bisschen Mord, ein bisschen ein Quassier. Ich bin einfach ein, der Vater. Ich treffe Little League. Ich habe dich nicht davon nicht. Deine Folgen nicht? Ich glaube nicht. Das war das, was Clementine gesagt hat. Warum hast du nicht? Weil ich kein Dieb bin. Und weil es nicht richtig war. Es war nicht richtig. Es war nicht unsere Dinge. Das ist wirklich gut von dir. Schau, was willst du mir sagen? Ich will nicht, dass du nichts sagen willst. Ich will, dass du wissen willst, was passiert. Dann sag es. Hast du schon jemanden, den du übernimmst? Ja. Aber nicht aufsichtlich. Nicht aufsichtbar. Wenn es aufsichtbar war, wäre es ein sociopath. Ich habe sie so gut. Ich habe sie verletzt. Krass, es tut mir leid. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Bis zum nächsten Mal, Elisabeth. Sieht. Sieht nicht so weit. Ich habe sie gefunden. Ein Tag später. In der Straße. Ich fühle mich wie ein Monster für Sie. Wir alle tun. Sie hat uns die ganze Zeit verfolgt. Ich versuchte, einen Platz für sie zu finden. Sie hat eine schreckliche, griebende Frau verabschiedet. Ich würde das nicht wieder tun. Sie hat sie nicht alleine. Sie hat sie verabschiedet. Yes, you did. Wie kann man all das wissen? Du bist ein Monster. Du bist ein Mörderer. Und ein Thief. Und ich werde dich so schlecht verletzen. Bist du mir die Clementine zurück. Ich würde sie selbst töten. Denn das wird passieren, wenn sie mit dir geht. Nachdem ich die Clementine auf meinem Radio gefunden habe, ich hatte nicht sogar Angst. Ich kam für die anderen. Für Revenge. Aber die mehr ich hörte über die Dinge, die du getan hast, und die Gefahr, die sie in der Lage war, unser Plan verändert. Oh. Ich habe dich zu hören, bevor es weitergeht. Ich kann sie beendet werden. Wir können eine Familie haben. Ich glaube, dass du nicht wie alt sie ist. Sie ist acht. Sie ist neig. Sie ist neig. Sie ist neig. Aber... Ihr Geburtstag war sechs Tage. Oh. Ich weiß, wie ein Vater zu sein. Sie wird nicht auf das, was sie mit dir war. Ich sage dir ganz ehrlich, du bist verrückt. Das ist nicht passiert. Du bist verrückt. Sie ist verrückt. Das ist ihre Entscheidung, nicht deine. Ich bin. Was? Ich bin bin. Und ich werde sicher sein, dass du gleich wie ich endest. Ich äh... Ich werde sicher, dass du mich in die Hände schraubst. Nein. Ich werde mit ihr sein, und du wirst in den Straßen schraubst. Wir werden sehen. Ich werde dich beißen. Hey, lieblich. Ich denke, dass das alles funktioniert wird. Was bist du? Ich bin auch glücklich. Ich habe keine Chance. Ich bin ja auch glücklich. Es ist alles klar, wie siehst du? Es ist wirklich klar. Ich gar nicht, dass du schaust. Ich habe, dass du so lustig ist. Ich habe dich sehr, Tess. Du kann auch sehr liebsten. Du bist auch sehr liebsten. Sie ist nicht Lizzi, aber sie ist schüchig. Sie würden nicht die Flüge. Sie wäre nicht erwartig. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Super, weiter, weiter, weiter. Sei bereit. Komm schon. Erledige ihn. Erledige ihn. Das Clementine entführt. Du verrückter Psycho-Bot. Es ist vorbei. Er, er könnte zurückkommen. Okay, sweet pea. Okay, we're leaving. Good. Oh, come on. Schallschirmes. I'm sorry. I'm sorry. Shh. It's okay. It's okay. Gens out of guns, Kerber. Guns. You look horrible. That's what he said. Let's just get somewhere safe. You don't smell good. Yeah, I know. Did he hurt you? No. Not really. I'm sorry, Lee. Clem, it's okay. We need to get you somewhere safe. And then we have to talk, okay? Yeah. Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. I'm sorry, you had to see that. He was going to kill you. It'd take you. Yeah. Yeah. Er könnte aber wirklich als Walker zurückkommen. Clem. Which way are you? Through there. Okay. Ich nehme erstmal die ganzen Sachen mit. Was ist da drin in der Tasche? What the fuck, alle? Don't look in there. There's a Walker-Kopf drin. Ist es von seiner Frau oder was? Von seinen Kindern. Okay, da ist der Ausgang, aber wo ist denn deine Kappe? Ja, ich hab' verstanden, aber ich suche doch nur deine Kappe. Warte mal, Clem. Schauen wir nochmal ganz kurz uns um. Können wir irgendwas noch machen hier? Okay. Die Kappe wird irgendwie nochmal gefunden, aber es egal ist. Ihr Leben ist wichtiger als eine Mütze. Okay, dann lass uns gehen, Clem. Wer ist es? Krass. Krass, weil der Walker jetzt selbst schon langsam wird. Ja. Krass, da ist einer von denen. Okay, dann schmieren wir dich mal ein. Okay, Clem, du willst es auch stinken, wahrscheinlich. Guck am besten nicht hin. Guck lieber weg. Okay. Okay. Okay, der junge Walker hier. Okay. Dann ziehen wir es durch. Oh nein. normales raus guck doch nicht hin guck nicht hin oh man das ist so eklig überall am rücken überall ach so ich hätte auch mit ihr reden können alles ok ja sicher sicher oh ja komm wir bringen sich hinter uns lieber ein bisschen mehr als zu wenig bevor die was merken ok ja die kappel ah oh man danke gerne für dich doch gerne komm schon ich werde langsam emotional also das nervt sich langsam im finale ja ja